Metaphor hat es schon wieder getan. Die Maus- und Keyboard-Legende hat ein Video hochgeladen, wo er ganz viele Warzone-Streamer gekillt hat. Und die sind jedes Mal absolut insane. Willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Zweitkanal. Genau das werden wir uns heute anschauen. Er hat halt eben seine Sicht immer reingeschnitten und dann direkt darauf die Sicht von den Streamern. Und ich habe schon den ersten Clip gesehen, da hat er Tim The Tatman, Cloaksy und Nick Merks gekillt. Alle drei direkt hintereinander und es ist einfach insane. Da seht ihr dann schon den Standard von so einem Metaphor-Video. Es ist wirklich krass. So, ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Ich lasse jetzt schon mal gerne ein Like auf dem Video und ein Abo auf dem Kanal. Da würde mich sehr freuen. Ganz wichtig. Und jetzt rein da. Was ist es jetzt? Da hat er eine Hellenbombe kassiert von Metaphor. Oh, und die Nate. Einen hat er? Nice. Ah ja, hier lag das Video einmal ganz kurz und ich weiß nicht warum. Ganz, ganz komisch. Das ist wirklich das Video einfach. Ganz, ganz weird. Das ist mir gerade schon aufgefallen. Oh, die Hellenbombe. Wow. Da verstehe ich nicht ganz, was Tim da macht. Ich weiß nicht, was Tim da macht. Das ist ganz, ganz komisch. Das ist ganz, ganz kurios, was er da macht. Er war so krass von der Situation überfordert. Das war insane. Er war so überfordert. Warte mal, was macht er jetzt? Geil. Das ist schon, das ist schon ein satisfyinges Fuck. Oh, wie angepasst du jetzt? Das ist sogar ein bisschen unangenehm. Ja, ja, danke. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich finde ihn so weird. Also ich finde, Metaphor ist wirklich einer der unsympathischsten Streamer, die es in Warsong gibt. Es ist ganz, 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 ganz unangenehm. Der hat so ein riesen Ego und glaubt wirklich, er ist der Beste der Welt und alles. Es ist, genau dieser Clip hat es mir auch wieder gezeigt. Also wie er da Ingame redet, boah, du hast mich gerade nur gekillt, weil du mich, weil du in einer One-Way-Smoke drinnen warst. Komm mal, lass mal einen richtigen One-Way-One-Fight haben. Das ist so, so cringe einfach. So unangenehm. Warum muss man so ein eklhaftes Ego haben? Ich bin so ein eklartes Ego, ich bin so ein eklartes Ego. Ich bin so ein eklartes Ego. Ich bin so ein eklartes Ego. Ich bin so ein eklartes Ego, ich bin so ein eklartes Ego. Ja, er ist verrückt, dass er stirbt, weil sein Ego es nicht mehr kann. Die Jungs und ihre Ego. Was passiert jetzt? Oh, wer ist er? Spielt mit 10 FPS irgendwie? Durch die Klasse-Mine? Oh, er ist irgendwie durchgerannt, durch die Klasse-Mine. Oh Gott. Keine Chance. Seit wann haben alle ihre Face-Games hier links? Ich habe sie extra links hingemacht. Das stimmt, aber das muss man wirklich respekten. Metaphor hat wirklich die meisten Kills in Warzone Battle Royale, weil er auch irgendwie der einzige ist, der Battle Royale spielt, während alle anderen wieder Auferstehung gespielt haben, weil Rebirth Island wieder reinkam. Und ranked auf Rebirth Island hat er, glaube ich, keine einzige Runde Rebirth Island gespielt, sondern die ganze Zeit Battle Royale weiter, damit er weiter Kills und Wins farmen kann. Also das ist so eine unmatched Passion, das geht nicht in meinen Kopf rein. Das ist krass. Jetzt, glaube ich, so 80.000 Kills hat der in Battle Royale, während der zweite Platz irgendwie so 45.000, 50.000 Kills hat oder sowas. Das ist wirklich krass. Also der spielt den ganzen Tag einfach so los. Das ist crazy. Warum ist er in meinem Spiel? Ich war so gut. Und ich habe eine Metaphor in meinem Spiel. Er ist live auf Twitch. Ja, da ist er. Und er hat 30 Kills. Er hat 30 Kills gerade jetzt. In Solos. Okay, das ist ein bisschen unfair. Auf Mountain-E-Orde, Dude. Was macht er? Oh nein, die werden gleich so gebombst. Schnell Platten kaufen, Reloads, abbrechen. Vergegen hier vorne. Nice, nice, guter Kill. Jetzt wieder Smoken, weil er Maus und Keyboard Spieler ist. Und Smokes, Maus und Keyboard ist wirklich die beste Kombination. Weil dann Controller-Spieler kein Aim-Assist durchhaben, während du ganz normal aimen kannst, als Maus und Keyboard Spieler. Deswegen smoked er sich die ganze Zeit. Das ist wirklich so smart gemacht. Schäber. Ähm. Aua. Oh, geiler Beam. Das war satisfying. Das war schön. Äh, wo sind die Streamer hier? Bin ich dumm oder sind hier keine Streamer? Bin ich dumm oder schneidet der gerade einfach nur coole Clips von sich rein? Oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein. Was hat die Gegner gemacht? Sie ist krank. Boah, ey, die MCW mit Unbox jetzt ist aber auch so satisfying. Das ist geil. Lieben wir. Nice. Nice. Gegner, äh, hat keine Steps. Nice. Ijo de puta, ja, das heißt, du schöner Mann. Stark gespielt, GG's. Ungefähr, ungefähr Pi mal Daumen. Oh, nice Beam. Ob der der Turn und kassiert. Schäber. Nein. Oh mein Gott, der Arme. Einfach beide werden gejumpshottet. Oh, geil. Die Jumpshots waren geil. Good one. Nice. Oh, I got it. No, I'm gonna be honest guys, you're both about to die. I hate the breaker dude. No, I'm gonna be honest guys, you're both about to die. I've met him before in a while. Hehehe. There he is. There you go boys. Geil. Da will yo. War wieder Zeit, von ihm gescheppert zu werden, oder was? Oh mein Gott, Bro! Was der fuck? Ich glaub auch, ich glaub auch. Shooting, man, shooting! Oh, Bradman, oh mein Gott, was ein Shot! Das ist ein guter Shot, schau mal an! Was der fuck? Diese WSPS-Stinger ist halt auch so krass, also die ist wirklich so OP, die macht viel zu viel Damage, das ist insane. Das ist der Streamer-Guy, Nummer 1 im Weltall. Nummer 1, Solo-Guy. Der ist halt auch einfach dafür bekannt, dass er die ganze Zeit nur Solo spielt und so viele Kills in Solos hat. Voll bekannt dafür, das ist krass eigentlich. Oh, doch die Smoke, what the fuck? Nein, Schatz. Das ist halt so, es spielen halt so wenig Leute, Battle Royale, dass man immer gegen dieselben spielt. In Wiederauferstehung ist das nicht so der Fall, also da sehe ich immer mal wieder, also da sehe ich immer neue Namen, nie dieselben zweimal. Aber, aber Battle Royale, vor allem wenn er die ganze Zeit Solo spielt, sie ist so wichtig, die ganze Zeit dieselben Leute, das ist krass. Alter, Raleigh-Shepard. Nein, die Moskito. Aua, 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 Lutzens. Nice. Die kennen ihn aber auch alle. Das ist krass eigentlich. What the fuck? Der kam einfach runtergeschwungen. Oh mein Gott, der wurde krass gescheppert. Warte mal ganz kurz. Kann mir jemand sagen, warum sein Setup so gewackelt hat? War da gerade Erdbeben bei ihm? Schaut mal auf sein Setup. Warum wackelt das so? Was war das? Das war ja komplett weird. Oh, geil. Ein Doppel-Headshot kann schon satisfying sein. Ein Triple-Headshot. Oh. Sorry. Oh, geil. Guter Shot. Okay, also er macht so, er schneidet immer POVs von Streamern rein und dann einfach so hintereinander ein paar coole Clips. Ich sehe, ich sehe, ich sehe, ich sehe, was du machst, man. Ich sehe, was du machst. Oh. Das sind auf jeden Fall sehr coole Clips. Auch wenn ich kein Metaphor-Fan bin, kann man wirklich neidlos anerkennen. Das sind ein paar coole Clips. Nein. Oh mein Gott, der Arme. Oh mein Gott, so viele hier. Alle die größten Überbots. Oh mein Gott, ist das geil. Ich weiß nicht, warum Metaphor immer so geile Lobbys hat. Ich verstehe es nicht. Natürlich, er ist ein komplett krasser Spieler, aber er hat auch ohne VPN komplett krasse Lobbys. Warum? Nein. Endstack bekommen. Alter, was ist das für ein Gameplay. Zwei FPS. Es leckt ja alles. Ohi, ohi, ohi. Es ist eine Metaphore. Es ist eine Metaphore. Es ist eine Metaphore. Oh, oh putnamadre, es ist eine Metaphore. Der Arme. Der Arme. Oh, ist das geil. Er hat dieses Perk dabei, dieses hier rechts unten. Flex heißt das auf Englisch. Auf Deutsch Flexibel oder sowas. Dieses Perk rechts hier, wenn man durch Minen rennt, egal ob S-Mine, Claymores oder Cluster-Minen, wenn man da durchrennt, werden die verzögert und du hast Zeit, um durchzurennen und die explodieren nicht direkt. Die explodieren dann erst irgendwie zwei Sekunden später. Deswegen kann er da easy durchrennen durch die Cluster-Mine, das ist geil. Oh mein Gott, er ist fest. Ach du Kracher. Ach du Kracher. Boah. Nein, der Arme. Nice. Nice. Guck mal, Selfless. Nice. Nice. Schäpper. Alter, wie klein ist dieser Sniper eigentlich? Oh mein Gott, der Arme. Wow, der Arme. Er wurde so outplayed mit dem Fahrzeug. Oh mein Gott. Okay, das war sehr krass gespielt. Holy shit. Das war sehr krass gemacht mit dem Fahrzeug. Das war insane. Oh mein Gott, der kommt angeflogen. Er kommt angeflogen. Oh nein, oh nein. Das Ding ist over. Das Ding ist over. Smokes, du smokes, mein Beste. Du smokes. Verwenden sie doch. Verwenden sie. Der war auch komplett korrekt, what the fuck. Der war komplett korrekt. Ja, ja, also wer hat sein Opa hier rausgelassen? Hallo, was passiert hier? Mein MIND didn't go off. Mein Hirn funktioniert nicht, wollte er sagen. Ja, aber er ist ein krass von mir, er ist ein krass von dir, right? All right, I'm just killing everybody. I'm just killing everybody, so... Don't mind me. I'm just gonna kill all of you guys, all right? No, I don't think that's gonna ask. Which one are you? Are you by the LTV or in the building? I'm the one who got those noses on your head. All right, I'm coming for you first. Uh... Is this guy... Last thing that guy heard was a roleplay death, bro. You see, Evo, you thought you killed me, but that wasn't actually me. That wasn't actually me. That was my stunt double. I was just getting you out of your hole. I was just getting you out of your building. Yeah. Very bad. Yeah, you thought you killed me. You thought you killed me, but... I'm still here. Oh my God, da ist es sogar. Ist das krank. Ist das krank. Da war Metaphor sogar ausnahmsweise sympathisch. Habt ihr es mitbekommen? Oh mein Gott, Shepa. Ja, ist das fein. Nein, da ame. Nice. Nice. Alter, wer ist er? Wow, war er schnell down. What the fuck? Stop. Stream. Sniping me. Ich lache, ist lustig. Stop stream sniping me, schreibt er. Ist das krank, Alter. Stop stream sniping me. Schreibt er zu Metaphor. Oh, das AIM üben wir nochmal. Oh, das üben wir nochmal. Oh, Shepa. Oh, oh mein Gott, Shepa. Nein, der Arme. Links kommt ein Fahrzeug. Ich respektiere das. Hallo? Oh mein Gott. Okay, das war insane. Was zur Hölle? Oh. Geil. Satisfying. Nice shots. Dadurch mit Maus und Keyboard schießen ist so schwer. Mit Controller natürlich noch schwerer. Aber das ist wirklich impossible, Darwin zu killen. Dass er Darwin durchbekommen hat, ist krass. Prostanz. Sehr stark gemacht. Die da hinten ist gestand. Das war schon ein Look. Alles gut. Geil. Was hat der Gegner gemacht? Er hatte so gute Shots, als er oben drauf war. Und dann macht er das? Das war ja so random. Wie hat er das hinbekommen? Oh, Double. Die Nate hinter sich war insane. Da ist gerade ein Gegner reingelaufen. Hat hinter sich genaded, weil er wusste, sobald er anfängt zu schießen, wieder geflankt. Das war so stark gemacht. Nice. Guter Kill. Starker Play. Irrsinnig starker Play. Geil. Geil, geil, geil. Ey, der Rest des Videos ist natürlich wie immer in der Ebene. Infobox verlinkt. Schaut euch das gerne nochmal an. Ich bedanke mich, dass ihr das bisher hierhin angeschaut habt. War wirklich ein absolutes Banger-Video von Metaform mal wieder. Ich, wie gesagt, ich bin kein riesen Fan von ihm, aber seine Videos sind unglaublich. Deswegen schaut da gerne mal vorbei. Das ist ein absoluter Chaperoni, was der immer hochlädt. Falls dir das Video gefallen hat, gerne eine positive Bewertung und ein Abo auf dem Kanal. Da lassen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video. Haut rein.